Es wird Zeit mir wieder die Kugel zu geben und zwar in Worms 4 Mayhem. Ich werde es bereuen, aber was soll es? Scheiß drauf. Irgendwas muss ich ja hochladen, um zu sehen, wie schnell meine Laune entweder in den Keller sinkt oder hochsteigt. Aber ich fürchte, dass die erste Variante deutlich öfter eintrifft als die zweite. So, wem muss ich ja alles verprügeln oder beschießen. Wir nehmen Sinnen. Ich habe meine Karte. Der erste Schuss weiß ich schon, wo der läuft. Bullshit. Dann mach mal etwas Sound lauter. Das kannst du wieder haben, ja? Mein Freund. Hm, hab direkt getroffen. Aber es hat auch kein Wind geweht. Ja, und da kriege ich die Bazooka zurück. Und zwar von diesem Spinner hier. Auch für den Weltkrieg. So wie die Kopfbedeckung. Guck, ob der X-Ray hier aussieht. Okay. Ein Suicide Bomber. Zum Glück bin ich das nicht. Ich mag das nicht, wo der hinläuft. Okay. Vielleicht mag ich es doch. Aber da liegt auch schon die Partie in Trümmern. Das heißt, ich kann mich auch nicht mehr zurücknehmen. Äh, zurückhalten. Ach. Baller ich jetzt auch irgendwelche Würmer ins... ...ins Wasser? Mir scheiß, mir ist doch scheißegal. Hier muss ich mich nicht wirklich zurückhalten. Nicht mehr. Wie die sich schön alle hier versammeln gerade. Das ist die ideale Chance für Prostreet. Eins ins Wasser zu befördern. Abgesehen davon, dass jetzt die Minenfabrik irgendwo irgendwelche Minen abgelebt hat. Wer hätte das gedacht. Wer... Wen hat das mit Gift erwischt? Irgend so ein Ainsley. Ah. Unser Suicide Bomber. Alter, was für ein asozialer Schuss. Asozial, aber effektiv. Ja, das hat den armen Neutschen erwischt. Und der bewirft jetzt den Nazi auch noch. Tchuuu, bam. Na, warte du. Oh, da mach ich mit. Darf ich mitmachen? Ich werf auch ne Granate auf die. Vor allem, weil da jetzt auch noch ein gelber steht. Die Waffenkiste kann ich auch später holen. Na Schotte, alles fit. Kannst du jetzt gleich mal den Untergang von denen erleben. Das wärst du büßen. Okay, den anderen hat es 49 abgezogen. Ja, ich büße es jetzt schon, dass meine Partie nicht so abläuft. Wie die sich hier alle platzieren. Haben die einen Pakt oder so geschlossen? Weil die prügeln ganz schön böse auf den Broad Street ein. Die Laune ist momentan im Mittelmaß. Jetzt formen die ein Viereck. Und ja, die haben tatsächlich ein Pakt geschlossen, dass sie alle auf mich eingeschlagen werden. Ich hab wahrscheinlich so lange, bis irgendwie ein Rind explodiert. Naja, da kann ich ja gleich nachhelfen. Okay, es ist kein Viereck mehr. Der andere hat sich jetzt verzogen. Dann werde ich mich ein bisschen mit dem Blauen zusammenschließen. Und werde die Gelben sowie die Roten angreifen. Pakt ist momentan der Einzige, der keinen großen Schaden erlitten hat. Dafür macht er jetzt aber umso mehr. Ja, sorry Leute. Jetzt muss ich aber richtig asoziale Granatendynamit legen. Der Wouter, der wird definitiv sterben. Also platziere ich es neben dem Samson. Tschüssi! Ah, sie ist. Tchum! Ah, der ist da gelandet. Alter, der lebt mit vier, der Samson lebt mit fünf. Alter, wie knapp. Aber na schön, die habe ich jetzt sehr stark geschwächt. Sehr stark. Ich glaube, kam es jetzt hier der Meister Schadenssparten. Weil er die Doppelschadenkiste geholt hat. Und wird wahrscheinlich auch noch was kassieren. Naja, kassieren. Nur eins. Kein Weltuntergang immerhin. Und ich glaube, den Deutschen, den werde ich erstmal abknallen. Falls er versuchen sollte, meinen Underground zu bewerfen. Egal, wie grün er aussieht. Na ja, klar. Äh. Ja, was sollte eigentlich der Granate, äh, diese Granate denn bringen? Nur, dass du ein Loch dahin... Okay, der Bug ist... ...geplatzt, weil der Schotte jetzt... ...eindeutig sich für was Besseres hält. So, mach mal das. Das knacke ich doch gleich mal mit den Fingern. So, einmal Ego-Perspektive, bitte. Äh, ja, das sieht zwar nicht sonderlich schlecht aus, aber ich versuche es mal trotzdem. Mit, äh, Sniping. Sniping. Hab schon. Glasauge. World for me. So. Ja, ja, ich seh schon, dass du im Fadenkreuz bist. Ruhig, ruhig, ruhig. Ja, jetzt mich nicht. Erwischt! Oh, mach mal das. Erstmal ein bisschen an dem Schild aufgeilen. Und weiter geht die Fahrt. Underground ist drin. Nur wie lange? Das kann keiner sagen, bis eine Bananenbombe fällt. Und da kommt auch schon der nächste. Muss auch unbedingt der Wurm sein, der sich grad die Kiste geholt hat. Und instinktiv gleich die 50 wieder abziehen. Ja, die KIs sind nicht wirklich schlau, dass sie sich zu den Kisten neben den Minen... Dass sie sich die holen wollen. So macht man das. Ach so soll man was machen? Oh, interessant. Dann halte ich mal meine nächste Strotflinte bereit. Für ein Doppelkill. Oh, nein. Ach, du asozialer Dreck. Das ist geil. Oh, Mann. Most Wanted wäre eigentlich dran gewesen. Aber nein. Der blöde Schotte muss ja auch ihn unbedingt killen. Ja, super asozialer Sprung der Dummheit. Aber was soll's. Das hält mich nicht davon ab, dass ich den jetzt... Den Blauen jetzt über den Jordan schicke. Spüre jetzt die Faust meiner Gerechtigkeit. Ich hoffe, du hast den Flug genossen. Beehren Sie mich bald wieder. Ich bin immer zu Feuerfäusten bereit. Oh, das meine ich sowas von wörtlich. Äh, du... Ah, ja. Klasse. Sticht er mir einfach ein Dynamit mittendurch. Oh, shit. Ja, durch dein Dynamit fressen kannst du auch nie underground. Das hält ihm nicht von der Explosion ab. Man sieht schon, ich bin stark angekratzt. Ein Wurm ist bereits tot. Jeder ist... Jeder kann getötet werden. Mit nur einer einzelnen perfekten Bazooka. Hat Richard was abgekriegt. Der aber durch die Mine allerdings auch. Könnte gut für mich sein. Und jeder aber nicht so sehr zu den ersten Hilfekisten zu gehen. Zumindest versuche ich es. Nett. Das hat gerade noch gereicht. Ja, wenn die schon die Deutschen ausrotten, dann mache ich doch gleich mit. Grausam sind wohl eher die Wormspartien, die ich mir antue. Naja, es ist eigentlich gut, dass ich mich jetzt hier verschanzen kann. Den umbringen kann vor allem. Dann habe ich keine Angst vor dem. Jep. Das stimmt er mir. Definitiv. Zutag kam. Leib wohl, grausame Welt. Gut. Das Team ist weg. Bleiben nur noch die Schotten und die... Äh... Keine Ahnung, wie man die nennt. Die Dino-Menschen oder sowas. Oh, nee, die Höhlenmenschen. Das sind Höhlenmenschen. Keine Dino-Menschen. Dino-Menschen haben Dino-Bedeckung. Sie können höchstens zwei von meinen Würmern nehmen. Höchstens. Mindestens wäre er mir null. Da klumpst auch die Mine runter. Ach, der sich freut über das gar nichts. Aber vielleicht liegt es daran, weil sein Kumpel neben ihm ist. Versuch's und du bist tot. Auf wen ist er gerichtet? Oh. Auf die Gelben. Aber das wird Underground wahrscheinlich auch was abbekommen. Oder? Nein, tatsächlich. Ausnahmsweise mal nicht. Wow. Kann es tatsächlich sein, dass ich vielleicht doch gut mitschaffen kann? Also den könnte ich töten, wenn ich will. Aber wisst ihr was? Den töte ich. Der Grund dafür ist, dass er ein bisschen zu nah an meinem Dingsbums ist. An Carmen. Der könnte ja irgendwo hin hüpfen, sich positionieren und dann Carmen treffen. Husch. Ab auf die andere Seite mit dir. Äh. Ja. Wen klöpfe ich mir jetzt vor? Ähm. Wie wär's mit dir? Ich bin mir auch definitiv nicht sicher. Aber Hauptsache nicht, dass ich irgendwie rumgeschleudert werde. Der hat nur noch einen einzigen seiner Art übrig. Oh, danke. Ich schnau mir was. Versicherung. Der hat gleich einen Rinderwaden. Ich kann mir schon denken, was jetzt passiert. Da die Erderwerbung, wo die K.I.s definitiv nicht hin können. Und da kommt auch schon der Rinderwaden, der Eingesammelte. Der geht jetzt auf Underground. Wenn ich Glück habe, könnte es die Stange da oben treffen, aber nö. Dam, dam, dam. Ja, diese Art von Lektion brauche ich nicht. Ja, der Adrian. Ich kann mir schon denken, was er vorhat. Der wird mir meinen grünen kaputt machen. Der gerade in seinem Sichtfeld ist. Oh, ho, ho. Luck. Nice. Hier. Nö. Oh, ich konnte leider nicht mehr wegspringen. Zu schade. Das heißt, den Wurm kann ich gleich auch abschreiben. Patrick hat noch auch ein bisschen Fallschaden erlitten. Kümmert mich nicht. Er ist sowieso tot. Ja, Roseveat-Killermaschine, den kann ich noch ins Wasser befördern mit meinem Homerun-Schläger. Oh, hilft er mir? Oh, ja, der hilft mir. Nice von dir. Das hindert mich aber trotzdem nicht daran, dich abzuschießen. Was kräht so? Hm, der hat sofort gemerkt. Was kräht so? Mach es und ich verarbeite dich zu Hackfleisch. Oh. Nett. Und weg sind sie. Der blaue ist es allerdings auch. Denn ich hab hier noch meinen Wurm, der die roten den Rest gegeben hat und jetzt geb ich auch den blauen den Rest. Kollege, was läuft? Yeah. Da ist er, da ist er. Ich hoffe, ich hab's ein bisschen richtig gemacht. Ich denke, er lebt noch. Oh Mann, ich verderbe es so immer. Da denkt man sich, vielleicht reicht ein Superscharf. Ich will aber auf keinen Fall meine billige 75er-Waffe benutzen. Das wär so abartig billig und dann würde ich zu leicht gewinnen. Bisset better mit Skill, ja? Der soll sich mir bloß nicht nähern, ja? Ah, kacke. Rüstung. Auch noch. Ja, und jetzt wird er sich wahrscheinlich so positionieren, dass er alle beide auf einen Schlag treffen kann. Ja, Pananenbombe Bullshit. Doppel Bullshit. Doppel Bullshit. Ja, das habe ich davon. Oh, die Schotten werden dafür bezahlen, aber das, nee. Nee, die Schotten können nix dafür. Das ist meine eigene Dommheit. Ja, man sieht schon, wie sehr ich mich aufregen kann.